Nur ein und 30 Minuten benötigte der KAC, um alle Karten für die beiden festgesetzten Halbfinal-Heimspiele gegen Salzburg zu verkaufen. Der Klagenforter-Durchschnitt stieg um mehr als 600 auf 4.378. Einfacher Trick vor dem heutigen Hit in Kagran haben die Kapitals in diesem Playoff nur eines von vier Heimspielen gewonnen. Dass seine Mannschaft hingegen nur ein Playoff-Spiel auswärts verloren hat, befürchtet Stürmer Radek Prokes. Vielleicht greift der Gegner dort mehr an und wir müssen einfacher spielen. Druck, vor den eigenen Fans besser zu spielen. Verspült der Tscheche nicht? Ich kann für alle in der Mannschaft sprechen. Wir spielen sehr gerne vor unseren Fans. Das Freitagsspiel wird enorm wichtig.